Was macht der Heid eigentlich bei Rieke Schuhe? Haben die den gekauft? Nein, wussten sie nicht. Ich bin es aus lauter Überzeugung. Seit 16 Jahren kenne ich nun das gesamte Team. Die sind auch fast alle vom ersten Tag noch da. Und Rieke Schuhe steht für absolute Mode. Nicht nur Sachen Schuhe, sondern es gibt richtig tolle Accessoires, zum Beispiel Gürtel. Blind schaffe ich den jetzt nicht, da muss ich mal hergucken. Hier, Taschen, Peter Kaiser. Gehört einfach mit dazu, zu einem tollen Schuh. Und bevor ich mir den Schuh aussuche, nehme ich dann doch tatsächlich auch mal Platz, um ein kleines Gläschen Sekt zu genießen. Und jetzt kommt der Hammer. Tada! Ja, schau es euch an. Das ist ein Bild, ein absolutes Traumbild. Das einzige, was die Chefin, was Babette Mertens noch nicht geschafft hat, ist, mir den in meiner Größe zu besorgen. Dafür gibt es den aber jetzt ganz neu auch für Linkshänder, Freunde. Aber das alles geht nicht ohne den besten Service. Und dafür verantwortlich ist das richtig tolle Team von Rieke Schuhe. Und das sind die hier. Alles Gute, Moda Vision!